Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Marisa. Ich bin Medium, ich bin Autorin und ich bin spirituelle Lehrerin. Und ich teile das Wissen aus der geistigen Welt schon seit vielen Jahren in meinen Podcasts, meinen Channelings und meinen Büchern mit dir. Und wenn du meinen Podcast hörst, dann kennst du auch Simon. Simon ist die Seelenschimmer-Hofastrologin und hat uns schon ganz, ganz viel Sternenwissen vermittelt. Und Simon stellt uns jeden Monat die aktuellen Sterne zur Verfügung. Also tauchen wir ein in die Sterne, die Konstellation und alles Astrologische, was die nächsten paar Wochen auf uns wartet. Viel Freude dabei. Ja, liebe Marisa, vielen Dank, dass ich auch hier auf deinem Kanal mein Wissen teilen darf. Und nach ein paar Takten Musik geht es auch schon gleich los. Hallo und herzlich willkommen zum Sternenwind live, jetzt in der Jungfrauzeit 2024. Von dem 22. August bis zum 22. September. Es geht, wir kommen jetzt aus dieser Löwezeit, der groß fokussierten Zeit auf uns, auf unsere Selbstverwirklichung, auf unsere Entwicklung und was wir dafür brauchen. Und kommen jetzt rein in die Erntezeit, in die Naturverbundene Zeit, wo ja viel zu tun ist, auch wenn jemand einen Garten hat. Ja, da spürt man schon diese Erdqualität der Jungfrau, die jetzt jetzt immer stärker wird. Venus ist auch schon in der Jungfrau. Die Sonne kommt dazu und es wird pragmatischer. Man kann sich besser strukturieren wieder. Und ja, eine unterstützende und sehr hilfreiche Qualität jetzt für die nächste Zeit. Ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr zur Jungfrau und heute auch noch ein kurzer Ausflug zu den ganzen rückläufigen Planeten. Da ist eine große Ballung jetzt im September bis Mitte Oktober. Alle gesellschaftlichen und geistigen Planeten werden rückläufig ab dem 1. September ist Uranus dann auch mit dabei. Und dann ein paar Worte dazu noch und mit dem Höhepunkt dann bei der Mondfinsternis im September. Ja, und wie immer im zweiten Teil dann ein paar besondere Tageskonstellationen noch der nächsten vier Wochen. Gut, nochmal zur Jungfrau. Die Jungfrau ist ein Erdzeichen. Ein flexibles Erdzeichen. Das heißt, man kann die Qualität umschreiben mit Sand. Sand ist unglaublich flexibel, ist aber trotzdem einfach eine irdisch anfassbare Qualität von Erde. Genau, im Vergleich zum fixen Stierzeichen, das eher mit einer sehr festen Struktur, Erdstruktur, vielleicht zu einem lehmigen Boden vergleichbar ist. Ja, der auch nur in Bewegung kommt, wenn es wirklich mit ganz viel Wasser, Erdrutsch passiert oder ja, wie auch immer die Erde bebt. Ja, da braucht es sehr viel mehr, dass sie sich bewegen kann. Und natürlich ist es auch eine sehr große Durchhaltekraft, ja, dass eine fixe Erde und eine flexible Erde, die kann sich besser anpassen. Und das Jungfrauzeichen ist auch sehr anpassungsfähig und sehr durch die Erdqualität natürlich naturverbunden und verbunden mit Mutter Natur, ja, auch den feinstofflichen Ebenen. Sehr hilfsbereit und zuverlässig. Das ist auch eine Eigenschaft der Erdzeichen. Und das ist natürlich auch bei der Jungfrau so. Und was da dazu kommt, ist durch den Zeichenherrscher, dem Merkur von dem Zeichen Jungfrau, haben wir natürlich eine Verstandesebene, eine sehr analytische, klare, sachlich aussortierende Verstand, der sehr klar unterscheiden kann zwischen, was ist nützlich, was ist unnütz, was ist unserer Gesundheit zuträglich, was nicht. Dieser Fokus auf die Gesundheit ist auf jeden Fall stark, ein starkes Thema auch zur Jungfrauqualität dazu. Genau, wir haben den Verstand, der sehr analytisch ist, der sehr gut unterscheiden kann und eine ganz große Qualität der Jungfraummenschen ist, die Spreu vom Weizen trennen zu können. In der Lage zu sein, wirklich gut, ganz klar und nicht nur über den Verstand, sondern auch über den Instinkt oder die Intuition entscheiden zu können, ach, das ist gut, das braucht es nicht oder das stört das System. Wenn wir das verknüpfen mit dem sechsten Haus im Horoskop, dann haben wir, dass grundsätzlich ja auch diese Jungfrau Energie als Grundlage hat, dann sind da Gesundheitsthemen drin. Was braucht unser Körper, unser Gesundheitssystem, sage ich jetzt mal, unser Körpersystem, unsere Organe, was brauchen die, damit die gesund sind, damit sie gut funktionieren und nicht nur jeder für sich, sondern auch im Ganzen. Dieser ganze Organismus unseres Körpers, das kann eben auf der Gesundheitsebene sein und das kann auch ein Unternehmen als Organismus sein, mit seinen ganzen Mitarbeitern als einzelnen Teilen, Rädchen, die da mit drin sind und dass das möglichst gut funktioniert und da zu erkennen, wo auch vielleicht Schwachstellen sind oder wo irgendeine Rädchen nicht ganz rund läuft und wo Bedürfnisse nicht beachtet sind oder jemand unglücklich ist an seinem Posten. Das ist genauso die Pflege eines Organismus. Ja, und wenn man es noch größer ausdehnen, kann man das sogar in das Universum ausdehnen, ja, es gibt sowas wie eine kosmische Ordnung und auch da hat ein jungfraubetonter Mensch Zugang zu dieser Ordnung und das ist einfach so diese Ordnungsliebe, die den Jungfrauen ja ganz landläufig auch nachgesagt wird, ist da. Da geht es aber nicht um die Ordnung an sich, sondern oder mit der Schattenseite der Perfektion, das kann natürlich auch einfach mal in diese Richtung umschlagen, aber grundsätzlich geht es darum, eine natürliche Ordnung, eine Ordnung, die möglichst gut funktioniert, die effektiv ist, ja, etwas, was aus der Liebe zum Ganzen, ja, zum großen Ganzen, da das eigene beizutragen, dass wir, dass das große Ganze funktionieren kann, wenn wir es jetzt ausdehnen, auf die kosmische Ordnung. Und ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, die Motivation zur Ordnung mit dazuzunehmen und, ja, genau, wenn es natürlich auch mal im Äußern sich zeigen kann über ein gutes Stück Perfektionismus oder auch Pingeligkeit, dass man sich dann zu sehr am Äußern festmacht. Besonders finde ich die Verbindung von Intuition und Verstand, dass die dazu gut zusammenarbeiten können, das finde ich auch eine ganz besondere Qualität der Jungfrau. Ja, körperlich verbunden jetzt als solches ist die Jungfrauenergie mit der Verdauung, dem Darm, der Verdauung und auch natürlich dann im Zusammenhang damit mit dem Stoffwechsel. Der ist je nach Verdauungssystem, brennt ein größeres Verdauungsfeuer oder ein kleineres und wer sich damit mit diesen unterschiedlichen Elementequalitäten auch beschäftigen möchte, dem kann ich nur immer die ayurvedische Essen und die ganze Küche und die vedische Kultur empfehlen als Input und als Inspiration. Die geht da auf diese verschiedenen Elementequalitäten ein und das finde ich unglaublich hilfreich. Nicht jeder hat das gleiche Verdauungsfeuer und bei Jungfrauen ist das oft auch eben dann der Körperteil, der am ehesten, am schnellsten wieder spiegelt, wenn etwas nicht passt. So das Anlaufsystem, also so der Anlaufpunkt des Systems zu zeigen, oh okay, jetzt ist irgendwas aus der Balance. Und wie bei jedem anderen Zeichen auch, ist die körperliche Entsprechung einfach dann immer der Punkt, wo es am schnellsten sichtbar ist, wenn wir nicht ganz im Lot sind. Bei der Jungfrau der Stoffwechsel, die Verdauung und damit auch noch mal verbunden auf der energetischen Ebene des Solarplexus, das Sonnengeflecht. Genau, alles da im Bauchraum. Ja, jetzt zu diesen Rückläufigkeiten, dieser Ballung von Rückläufigkeiten, die jetzt ab September dann am Himmel steht. Noch ist ja gerade Merkur rückläufig. Wir hatten nur diesen Ei, also von den persönlichen Planeten jetzt nur Merkur rückläufig. Und am 28. August dreht er dann seine Laufrichtung und ist nochmal in Löwen zurückgewandert, der ja eher langfristig und groß plant und weniger im Detail. Und wenn es noch etwas umzusetzen gibt oder große Visionen zu manifestieren sind, ist dann der wieder direktläufige Merkur ab dem 28. August ideal. Dann ist er optimistisch, kann andere gut motivieren und einfach auch begeistern auf einen Zug aufzuspringen, wenn es denn nötig ist für die eigenen Pläne. Genau. Und danach wandert Merkur dann am 9. September auch in die Jungfrau zur Sonne dazu und Venus und verstärkt. Die pragmatische Seite, die pragmatische, praktische Seite und kann vielleicht auch etwas zu nüchtern sachlich werden in der Kommunikation. Und als Schattenseite, ja, es ist nicht alles immer ganz genau zu kalkulieren und weil das ist natürlich schon etwas, was die Erdqualität sehr gerne mag, wenn es fassbar ist, wenn es berechenbar ist. Und das ist, das Leben ist nicht berechenbar. Genau. Dann haben wir eben ab dem 1. September die ganze Reihe der gesellschaftlichen und geistigen Planeten. Das heißt, ab Saturn, Chiron, Uranus, Neptun und Pluto rückläufig. Also eine sehr große Ballung der äußeren Planeten. Und das ist schon nochmal ein großer Fokus auf Innenschau, auf Kurskorrektur, wenn es denn notwendig sein sollte, wenn wir den Bedarf haben, nochmal uns neu auszurichten, neue Spuren zu legen. Ja, ist das wirklich, das ist eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Und vor allem kommt die Mondfinsternis zum Vollmond am 18. September. Und ja, das ist zum einen ein Moment, ein sehr guter Moment, um Rückschau zu halten, dann nochmal zu dieser Mondfinsternis, Sonnenfinsterniskonstellation vom Frühjahr. Wir haben Ende März, Anfang April haben wir diese Kombination am Himmel stehen gehabt, immer in Verbindung mit der Mondknotenachse, die Finsternisse. Und wir haben immer noch dieses Beziehungsthema groß am Himmel stehen als große Aufgabe im Moment im Gesellschaft, wie im Persönlichen. Wie viel ich, wie viel du, wie viel Kompromisse und was für Kompromisse kann ich, möchte ich eingehen und oder tun mir gut auch. Es sind förderlich für mich, für meine Entwicklung und mein Sein. Genau, das sind die großen Fragen. So nochmal jetzt auch zu dieser Kombination, die Ende September, Anfang Oktober kommt Mondfinsternis am 18. September, die Sonnenfinsternis am 2. Oktober dann. Und diese Zeit, das ist wirklich eine ganz besondere Zeit zwischen Mond- und Sonnenfinsternis. Diese zwei Wochen sind nochmal der große Höhepunkt der Innenschau oder des Tieftauchens. Da sind auch einfach die Schleier zum Unbewussten dünner. Ja, da kann man sehr gut in die Tiefe tauchen, in das eigene unbewusste Feld und Dinge ans Licht holen. Und ja, das kann man einfach nutzen für sich, wenn noch Dinge anstehen, die zu klären sind. Und danach geht es dann Schlag auf Schlag. Wird Pluto am 12. Oktober wieder direktläufig. Und dann einen Monat später kommt dann Saturn Mitte November. Und so geht es dann Stück für Stück bis Anfang Februar 25. Und dann haben wir dann wieder alle direktläufig, die Planeten. Dann ist so Anfang des Jahres diese frische Energie des Visionensetzens und Spurenlegens. Ja, die hat dann sehr viel mehr Vorschub. Und jetzt die Zeit der Innenschau, der Einkehr, des Überprüfens, vielleicht auch Rückschau zum Anfang vom Jahr. Was haben wir uns vorgenommen? Was haben wir umgesetzt? Was möchten wir anders machen? Oder wie hat sich das entwickelt auch? Ja, diese Spuren, die wir Anfang des Jahres gelegt haben. Ja, und genau. Und Rückläufigkeit ist immer eine Zeit, die nicht so gut geeignet ist, um Neues zu beginnen. Also wenn etwas neu zu initiieren ist in deinem Leben, dann besser nach der Sonnenfinsternis am 2. Oktober. Ein paar Tage danach kommt dann wieder mehr Schwung in die Sterne. Und es ist einfach dann eine bessere Startvoraussetzung, etwas Neues in die Welt zu setzen. Jetzt kommen wir zu den Tageskonstellationen der nächsten vier Wochen. Am 23. August haben wir eine Spannung zwischen Venus und Mars. Das sind zwar beides Merkur in Merkurzeichen, die Jungfrau, die Venus in der Jungfrau und der Mars im Zwilling. Aber trotzdem sind das, ja, so der weibliche und männliche Teil, die streiten sich da etwas oder sind sich uneins. Und das auch noch verbunden mit Saturn, an der Spannung mit Saturn drin. Und da müssen wir gut gucken, dass wir achtsam kommunizieren und einfach schauen, dass wir uns nicht unnötig verhacken. Genau. Und am 24. August kommt gleich eine wunderschöne Konstellation mit Heilungsenergie drin. Mars steht harmonisch mit Chiron und Merkur mit Mars. Also die sind verknüpft miteinander. Das heißt, wir können ja, unsere Handlungen können heilsame Folgen haben, können wirklich die Heilung reinbringen in unser Feld. Am 27. August ist Venus harmonisch mit Uranus verbunden. Das heißt, da kann frischer Wind auch wieder reinkommen in unser Beziehungsleben, aber auch in unsere künstlerische Inspiration mit Venus. ja, es ist wieder mehr Lebendigkeit, nachdem jetzt mit Saturn alles doch gerade in den Tagen jetzt zu Beginn der Jungfrauzeit alles ein bisschen fest ernster ist und ein bisschen unbeweglich, ja. Am 28. dann der Wechsel der Laufrichtung vom Merkur, der im Löwen direktläufig wird und eine wunderschöne Konstellation von Venus mit Nebthun. Da kommt noch mal feinstoffliche, fantasievolle Inspiration und angeregte Träume. Ja, also kann sein, dass wir da auch etwas mehr träumen und es ist eine Opposition. Ja, genau. Am 29. August wechselt dann die Venus in die Waage und Waage ist ein Luftzeichen und da geht es ja, viel leichter, luftiger allzu natürlich als in der in der erdigen Jungfrau und die Waage Venus liebt den Flirt und überhaupt liebt die Liebe einfach und sucht Begegnungen, geht gerne in Begegnungen und ist gerne auf Augenhöhe und da haben wir diese das Ausgleichende der Waage und eine Kunstliebe Kunst die Liebe zur Schönheit überhaupt und die sich ausdrückt in der modernen Kunst und überhaupt einfach die Liebe zur Harmonie und damit auch zu gutem Stil und guten Umgangsformen das ist die Waage Venus ab dem 29. August 1. September wie schon vorhin kurz drüber gesprochen der Uranus wird rückläufig und reiht sich in diese große Reihe der rückläufigen Planeten ein und am 2. 9. kommt die ja schon vor langer Zeit immer wieder angekündigte Rückläufigkeit von Pluto in den Steinbock hinein also Pluto ist ja schon länger rückläufig und kommt jetzt nochmal für die letzten zweieinhalb Monate in den Steinbock zurück und erst rückläufig am 12. Oktober wechselte dann die Laufrichtung und am 19. November ist ja das große Datum wo Pluto dann endgültig in den Wassermann wechselt für die nächsten 20 Jahre also bedeutet der rückläufige Pluto kommt ins Steinbock Zeichen wechselt nochmal in dieses Zeichen der Hierarchie der ganz starren Struktur mit oben und unten und ja da könnte schon auch nochmal das alte System etwas aufmucken und versuchen nochmal Land zu gewinnen aber das sind ein paar Wochen mit dieser Rückläufigkeit im Steinbock und dann geht es ja auch dann schon wieder vorwärts und wenn im Äußeren noch was poltern sollte bitte nicht den Mut verlieren es ist wirklich gleich vorbei ja und am 3. September kommt der nächste Neumond in der Jungfrau der auch nochmal ein bisschen ernstere Qualität mit sich bringt dem Mond steht Saturn gegenüber und nicht nur die pragmatische Seite der Jungfrau sondern auch noch die Nüchternheit und immer so Realitätscheck von Saturn und Saturn steht in Spannung mit Jupiter und ja das ist alles so ein bisschen eine fordernde Qualität und wir müssen auch gut gucken da gut mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben Mars steht in Spannung zu Neptun da können wir uns auch mal täuschen und auch aus dem Bauch raus intuitiv mal auch eine falsche Entscheidung treffen da ist ein bisschen Vorsicht geboten zu diesem Neumond und am 4. September wechselt Mars dann in den Krebs in den sehr fürsorglichen und fantasievollen und empfindsamen bis manchmal auch launischen Krebs und was da vielleicht noch gut ist sich so zu vergegenwärtigen dass ein Krebs niemals direkt nach vorne läuft sondern eher seitlich läuft oder mal ja also eher indirekt seine Ziele erreicht das heißt in so einer Krebs Mars Konstellation es ist vielleicht nicht ganz so leicht so zielstrebig seine Dinge umzusetzen sondern vielleicht auch mal ungewöhnliche Wege gehen wie sie sich einfach gerade so zeigen am 7. September haben wir nochmal eine unruhige Konstellation ähnlich wie die des letzten Vollmondes am 19. August am 7. September steht Merkur Entspannung mit Uranus das ist ja so ein bisschen eine Unfall Konstellation ist gut da im Straßenverkehr auch sehr achtsam zu sein am 8. September steht die Sonne Saturn gegenüber auch nochmal so ein bisschen ernstere Konstellation aber auch die geht vorbei Merkur wechselt dann in die Jungfrau am 9. September und ja da wird sich auch wieder viel strukturieren mehr und alles so wieder so der Alltag auch wieder so seinen Lauf nehmen eine wunderschöne Konstellation kommt dann Mitte September zum 15. da steht Venus harmonisch zu Jupiter das ist ein ja einer der schönsten Aspekte die am Himmel stehen können eine Liebes Konstellation auch also das große Glück das kleine Glück und wunderbarer Tag um was Schönes zu unternehmen und am 16. September am Tag darauf gleich eine Verbindung von Venus mit Chiron ein Heilungsaspekt der im kosmischen Rückenwind in Heilungsaspekten mit sich bringt Ja das ist so der Anlauf zu der Fokussierung auf diese ganzen auf die Innenschau und die Zeit der rückläufigen Planeten diese zwischen Mondfinsternis und Sonnenfinsternis denn am 18. September kommt eben die zum Vollmond zum Fische Vollmond die partielle Mondfinsternis dieser Tieftauch Korridor beginnt da und der Höhepunkt der dieser Rückläufigkeitszeit und Mond ist auch zum Vollmond mit Neptun verbunden also ganz ganz sensitiver Vollmond Fische Vollmond verbunden mit Neptun also ganz ja kann man ganz gut auch in innere Bilderwelten eintauchen und ganz ganz tief hinabtauchen am 19. September haben wir nochmal einen wunderbaren Inspirationstag mit so einer Uranus wenn wir für irgendein Vorhaben geistige Input brauchen ist das ein wunderbarer Tag dafür und gegen Ende der Jungfrauzeit am 21. September kommt nochmal ein bisschen eine vorderndere Konstellation mit Sonne Neptun da dürfen wir gut gucken dass wir uns nicht in Fantasien verlieren und weil Merkur auch noch in Spannung zu Jupiter steht also das ist so ein bisschen eine Konstellation wo wir gut einfach gut unseren gesunden Menschen Verstand brauchen können und nicht unbedingt Dinge fix machen und mit Vorsicht konkrete Zusagen zu machen irgendwo ja und am 22. September wechselt dann die Sonne in die Waage das Waagezeichen zur Herbst Tag und Nacht gleiche ja das sind die nächsten vier Wochen spannende vier Wochen bewegt sich einiges in den Sternen und ja ich wünsche dir gutes Tauchen und gute Innenschau und viele Erkenntnisse und ja damit wir weiter wachsen können und gedeihen können und uns entfalten können alles Liebe und bis zum nächsten Mal Ciao